Es gibt jetzt richtig Beef in der Aufnahme hier. Es gibt gleich Beef mit wie die Scheiße mal funktionieren würde. Thomas du musst mich wieder neu einladen. Neu einladen. Was ist? Thomas das ist nicht lustig. Ich find's lustig. Das ist die Hauptsache. Weißt du was ich mein? Wenn du noch einmal den Joke raushaust. Ich verlasse Discos und mache meine Berufsvollaufgaben. Junge. Mann. Können wir uns jetzt einfach mal beruhigen und einfach jetzt UNO spielen. Bitte. Ja wenn ich mal ne Einladung kriegen würde. Ich hab euch schon lange eingeladen ne. Let's go. Und die Partie wird begonnen. Du hast meine Liebe gebonnen. Ich bin mit zwei versus zwei oder alle gegangen. Alter für alle, alle für einen oder. Ach man. Warum zwei versus zwei. Ich will sogar wirklich zwei. Ach ne. Bitte ich nicht mit Bot. Bitte ich nicht mit Bot. Bitte ich nicht mit Bot. Guck mal das Stream Team ist wieder zusammen. Ich denk immer das Thomas der Bot ist weil er kein Bild hat. Thomas ist auch ein Bot. Irgendwie schon true. Ja ehrenlos. Ah wir haben dazwischenlegen ja nice. Endlich macht das Spiel mal Spaß. Als ob. Scheiße. Endlich macht das Spiel mal Spaß. Wenn jemand ne vier setzt kann ich jetzt auch einfach direkt ne vier reinfallen. Muss aber gleich Farbe haben ne. Es muss genau die gleiche Karte sein. Okay okay. Das ist schon lustig ne. Weil ich kann jetzt einfach das Spiel legen. Ey nick mich doch. Weißt du. Die Sache ist Dominik hat immer. Hat immer plus vier Karten. Bei mir hängt's. Tom legt ne Karte. Bei mir leckt's. Top. Ja. Ja das kommt wieder Dominik. Normalerweise lädt das nicht so lang. Ja das war's. Ah ne. Das spiegelt auch einfach nicht heute. Niemals aufgeben. Immer weiter hustlen. Alter jetzt muss man ja voll Fokus auf das Game sein. Weil kann ja sein dass man dazwischen legen kann. Wenn du dazwischen legst und Uno hast musst du richtig aufpassen ne. Jawoll. Oh Thomas und Uno. Ah jetzt darüber haben wir grad geredet. Ja. Das hab ich geliebt. Ja ich hab. So schnell kannst du richtig. Also das ist richtig schwer so schnell zu reagieren. Ja. Das ist richtig schwer. Du musst eigentlich immer unten rechts gedrückt halten. Also schon bereit sein. Ich zieh eine Karte. Oder ich zieh eine Nase. Boom 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 boom. No. Tega. Pudding du Spast. Wow Pudding. Hey. Wichser. Aufs genommen. Weißt du. Der hat immer ne plus 4 Karte. Immer. Immer. Alles kommt und lebens gut. Wenn du auch zweimal die gleiche Karte auf der Hand hast kannst du die halt zweimal direkt legen ne. Oh shit. Ja. Ich weiß. Oh. Oh shit. Oh nein. Oh shit. Hey Digga. Aber der Bot hat direkt. Der Bot hat direkt Digga. Die Bot sind richtig motiviert. Ah ich hasse es. Aber selber machen die es nie ne. Wild. Wenn der jetzt nicht finishen kann das ist ja sogar gut. Ja ich kann sogar wirklich finishen. Leck mich doch. Ha. Ach leck mich doch. Wilde Sache. Oh shit. 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 Ich sehe schon fast nicht mehr welche Karten hier sind. Ich habe einfach alles. Ich weiß nicht ob es schlau war. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt gewonnen ne. Ja ja. Hätte ich jetzt gewonnen ne. Jungs komm ich auch mal wieder zum Zug oder was. Hätte ich doch. Hätte ich jetzt gefinished. Hätte ich jetzt schon gewonnen ne. Ich kann mich gar nicht entscheiden was ich legen soll. Hätte ich. So gute Karten. Ne. Weil ich habe einfach 5 Millionen Karten. Ich weiß gar nicht was ich legen soll. Hey. Es war so klar. Aber real talk. Wenn ihr mir 8 Karten reindrückt. Ist doch logisch. Dass ich dann das schwarze ziehe. Du hast immer plus 4. Du kannst 2 Karten ziehen. Du ziehst 2 schwarze plus 4 Karten. Ne das kann auch sein. Ja. Das habe ich nämlich auch gemacht. Ja. 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 Der Kanacke dahin hat rot. Ne ne. Ich kenn dem nicht. 56 Punkt. Punkt ist schade heute. Hättest du nämlich vorhin gefinished. Hättest du 3. Ich hätte 3 schwarze Karten auf der Hand gehabt. Und dazu auch noch irgendwie 15 Stück oder so. Pff. Ah scheiße. Ich bin sowieso dran. Bist du aber nochmal dran. Sicherlich nicht. Pff. Ey. Leck mich doch. Oh shit. Hä. Ich will einfach nur nicht die 4 Karten ziehen. Ah scheiße. Stimmt. Du hast gelb. Fuck. Egal. Ich hab ja gesehen, dass du nur eine Karte hast. Lul. Also das war. Oh wow. Jawoll. Der ist so ein Schock. Guck. Er hat 3 Gelbe. Oh wow. Was ein. Alter. Das war alles geplant. Das war alles geplant. Das war unsere Runde Digga. Unsere Runde. Die Runde war wild. Komm Thomas. Der kann sie zwischenlegen. Der macht es einfach nicht. Okay. Der hat nicht. Jawoll. Der Boss kommt schlecht. Schnauze. Egal. Egal. Guck. Der hat eh noch eine plus 4. Der hat eh noch eine plus 4. Der hat nämlich die Runde noch keine gelegen. Der hat nämlich die Runde noch keine gelegen. Doch hat er eine. Ich hab diese Runde noch keine gelegen. Hast recht. Was. Ich hab doch Uno. Bei mir hat es sogar geleuchtet. Bei mir hat es sogar geleuchtet. Bei uns auch. Bei uns auch. Wir haben es auch aufgegriffen. Ehre. Ist halt so ein Joke. Ist halt so ein absoluter Joke. Wenn es leuchtet. Dann sagt das Spiel halt. Dass du es nicht verpackt hast. Thomas halt die Schnauze. Wirklich. Ohne Witz. Nur weil es verpackt ist. Haltet eure Fresse. Wirklich. Thomas hier. Wirklich. Bist du es ja gut. Es ist halt so klar. Wir. Weißt du. Heult die ganze Zeit rum. Aber hat selbst die ganze Zeit schwarz. Eigentlich. Die ganze Zeit. Eigentlich sollte man sich nicht aufregen. Sondern Danke sagen. Du musst halt die Schnauze wirklich. Guck. Weißt du. Der regt dich noch einmal auf. Dass ich eine schwarze Karte lege. Ich finde diesen. Warum spielen wir auch 2 vs 2. Das ist der größte Drecksmodus. Oh. Halt die Fresse. Wirklich. Das ist alles Teamplay. Ja wirklich. Weißt du. Jetzt kannst du gut reden. Aber letztens mit Ringo. Ja. Rum geheult. Bis zum geht nicht mehr. Ach ich spiele alleine. Ich spiele alleine. Halt die Fresse. Ja ist doch so. Aber da habt ihr auch mich die ganze Zeit provoziert. Also provozier ich jetzt zurück. Wir haben einfach gute Weimstreize ne. Naja Digga. Standard. Jeden Tag ist dann ein guter Tag. So ist es. Oh shit. Oh shit. Na gut. Das sind jetzt 20 Punkte oder so. 35. Nehmen wir mit. Ja. Ich will. Entweder ist es einfach nur eine Behinderung oder es ist einfach. Also. Was soll ich dazu noch sagen. Hä was soll ich machen. Ich hab gelb gelegt. Du legst Wünschkarte und legst du immer gelb. Ja ich konnte nur die legen. Ich hab keinen Bock. Ja ich konnte nur die legen. Ich konnte nur die legen. Ich hab keinen Bock. Ich fache schon wieder ab dass mein Scheiß. Es macht keinen Sinn gegen euch zu spielen. Mit diesem Scheiß Bot. Weil der macht nichts. Er könnte gewinnen. Ne. Er drückt einfach nicht Uno. Ne. Warum auch. Sondern könnten wir ja gewinnen. So ich leg jetzt wieder blau damit Thomas gewinnt. Guck. Ich wusste. Ja. Hoffentlich ist die Scheiße bald vorbei. Ich hab einfach keinen Bock mehr. Ich hab einfach keinen Bock mehr. 500. Niemals spiele ich. Ne. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße man. Ja. Es ist halt low. Digga. Es macht keinen Sinn. 2 bis 2. Vorsicht mal eins gegen eins man.